Freunde, ich hab da was für euch. Ich saß gerade beim Vergleich des Samsung Galaxy S8 mit dem LG G6 und da fiel mir ein, okay, es gibt doch immer wieder einige Fragen von euch, die auf beide Geräte zutreffen, die man vielleicht im Vergleich wissen möchte. Und da dachte ich mir, okay, ich habe vor einigen Jahren mal ein Format gemacht, da habe ich euch gebeten, mir eure Fragen zu stellen zu bestimmten Geräten und dann habe ich mich einfach vor die Kamera gesetzt und diese nach und nach beantwortet. Das Ganze ist einfach super, weil ich wirklich individuell auf eure Fragen eingehen kann. Dabei war es natürlich so, dass sich viele Fragen immer wieder wiederholt haben und deswegen habe ich gesagt, okay, es lohnt sich einfach ein Video dazu zu machen. Das habe ich jetzt lange Zeit nicht gemacht, weil ich dachte, okay, das wird in den Videos, die ich mache, sowieso alles abgearbeitet. Aber heute saß ich da und dachte, hey, eigentlich ist das doch eine ganz coole Idee, wenn ihr mir eure individuelle Frage stellt, dann in das nächste Video kommt und ich sie dort beantworte. Und genau dazu möchte ich dieses Mal wieder aufrufen. Schreibt mir eure Fragen zum Galaxy S8 und zum LG G6 in die Kommentare. Schreibt mir bei Facebook, schreibt mir bei Twitter oder gerne auch bei Instagram und dann werde ich mich irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen hinsetzen, mir all die Kommentare raussuchen und sie dann nach und nach im Video beantworten. Und damit möchte ich einfach versuchen, all eure Fragen zu beantworten. Ich weiß, dass sich viele Fragen überschneiden werden. Ich weiß aber auch, dass es viele spezifische Fragen gibt. Und ich denke mir, das ist doch ein ziemlich cooles Format, das man einfach mal wieder ausprobieren könnte. Und viel mehr möchte ich in diesem Video auch eigentlich gar nicht sagen. Bedeutet, ihr habt einen Auftrag. Wenn ihr irgendeine Frage zum S8 habt, sei es irgendeine Einstellung oder geht das und das in der App oder beim S7 gegen das, geht das beim S8 auch oder beim LG G5 gegen das, geht das immer noch oder stimmt das, dass diese Funktion weggefallen ist, was sagst du dazu? Ganz egal, welche Frage es ist. Samsung Galaxy S8, LG G6. Schreibt mir diese Frage entweder als Kommentar hier unten direkt bei Facebook als Nachricht. Ich verlinke natürlich das Profil, genauso auch das Twitter- und das Instagram-Profil. Da könnt ihr mir dann natürlich auch folgen. Ich werde dann darauf reagieren und dann seht ihr, okay, die Frage ist hier angekommen. Die werde ich dann für das Video beachten. Und dann, denke ich, setzen wir uns einfach irgendwann in den nächsten Tagen, vermutlich eher in den nächsten ein bis zwei Wochen hin und gehen dann nach und nach gemütlich all eure Fragen durch. Einfach nochmal ergänzen zu den Videos, die ich sowieso mache. Wie gesagt, es wird ein Vergleich Galaxy S8 gegen LG G6 kommen und es werden auch Reviews zu den beiden Geräten kommen. Aber vielleicht gibt es so ein paar ganz bestimmte Funktionen oder Dinge, die ihr wissen möchtet. Bedeutet, ich setze jetzt die Links in die Beschreibung und werde dann in den nächsten Tagen und Wochen immer mal gucken. Und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Dann setzen wir uns irgendwann gemütlich mit Chips oder Kuchen oder was zu essen hin. Vielleicht mit der Freundin, der Oma, der Familie. Und dann gucken wir uns das Video an und wir schauen mal, was ihr so für Fragen habt. Ich weiß, dass sich durch dieses Format sehr, sehr interessante Videos ergeben können. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich würde natürlich gerne wissen, was ihr davon haltet. Also lasst mir nicht nur Kommentare und Fragen da, sondern gerne auch Feedback. Auch, was ich vielleicht beachten sollte bei dem Video dann. Was ich, naja, noch kann ich es ja nicht besser machen. Aber wenn ihr irgendeinen Vorschlag für das Format habt, gerne auch einen Namen, dann lasst mich das unten wissen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Das soll es gewesen sein von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.